Ah, hier unter mir. Das mag ein bisschen weit gewesen sein. Das war jetzt auch wieder sehr dramatisch von Nara. Ah ja, richtig Munition. Nein, ich bin schon noch da. Schwerer Granatwerfer. Nein, noch ein schwerer Granatwerfer bringt da nichts. Okay, dann oben kanns weggehen. Oh, unter Eis ist man langsamer. Ich merke das schon. Okay, hier kommt er endlich wieder raus. Ich dachte, ich hätte meinen Stab ausgerüstet. Ja. Also der Granatwerfer, wo bin ich denn jetzt gestorben? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. So. Folterknecht war es jetzt? Ja. Ja. Ja, ja. Wir machen ganz viele tolle Sachen. Das ist beunruhigend. Seid vorsichtig. Ein falscher Schritt und es gibt niemanden mehr, der sich seht, entgegenstellen könnte. Das ist gut. Das ist gut. da ist er runtergefallen. Äh, gut, hier ist Knicklicht. Ähm, ich lieg da tot oben. Achso, das seh ich nicht. Du liegst hinter der Wand. Okay, da müssen wir jetzt wieder. Von hier oben Magnet haken? Ein paar Stacheln weniger, um die wir uns kümmern müssen. Okay, hier ist ein Neu. Hier ist es ein Neu. Das ist ein Verabschort. Ist das ein Verabschort? Hier gehen wir noch mal runter. Okay, ist genug Zeit. Na gut, hier sehen wir gerade halbwegs genug. Hm, da gehen wir schon mal nicht lang. Gut, war vielleicht nicht der Plan sie darüber zu sprengen, aber... So muss ich wenigstens nicht rollen. Oh, das tut mir leid. Wo liegt du? Wo lieg ich? Oh, ähm... Die liegt da ein bisschen blöd. Da können wir uns auch drücken. Wenn sie lange nicht da sind, könnte sie vielleicht wieder runter gehen. Okay. 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 Jaaaay, Stress! Was ist das? Das freut mich ja, dass ich die Mega-MP eingesammelt habe und dann gestorben bin So, Spiel, haben wir hier wieder ein paar Sekunden auch mal die Dinger zu verschieben, die wir verschieben müssen Nein, ok, verschieben Ok Ah, ist beim Wetter gestorben Ja, da komme ich jetzt gerade nicht hin Das erwarte ich auch gar nicht Warte, 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 ich muss dann irgendwie wieder in deine Richtung Jaaa Weil wir uns nicht zu weit voneinander entfernen können Sackgasse Ohhhh Und die Kurve Ja, jetzt liegt er wieder dazwischen den Beinen Schnell, wir müssen den Weg zum nächsten finden Ja, was meinst du, was wir hier tun? Genau, genau so ist gut So ist sogar noch fast besser Ja Das war der Nächste Verständlich sind die Stacheln relativ flott hoch Ja So So, hier um die Ecke Ja, 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 sehr, sehr spannende Stelle Ja Oh Gott, schlimm findest du jetzt gar nicht Ich renne ja auch so in meinen Ecken Ich renne ja auch so in meinen Ecken Ja Natürlich Das muss eine Falle sein Alles andere würde mich überraschen Alles andere würde mich überraschen Natürlich noch einmal Ja Ja, ja, gut Da hatten wir schon beeindruckendere Fallen Aber wer hat noch einmal schmeckt? Ich dachte nur, weil sie die so groß angekündigt haben Das scheint eine Falle zu sein Aber nööööööööööööööööööööö Ich muss sagen, ich mag die Flammwärter und sie sehr gerne Ich mag die Flammwärter und die sehr gerne Ich mag die Flammwärter und sie sehr gerne Ich mag die Flammwärter und sie sehr gerne Der Flammwärter, weiß ich nicht Ah, ich fühle mich komplizierter. Okay. So habe ich wenigstens das Licht an gemacht. Ich glaube, einer von uns beiden müsste da hoch. Ja. Kommst du zurück? Ja. Okay, also muss ich schnell genug von Schalter zu Schalter kommen. Mhm. Bleib mal stehen. Ähm. Ups. Wir können uns auch gerne einmal gemeinsam auf den Weg machen, um zu gucken, wo du langlaufen musst. Ne, ich weiß schon, wo ich langlaufen muss. Ich wollte nur den roten Schädel holen. Das hat mich kaputt gemacht. Ich hole jetzt einmal den roten Schädel, bevor wir irgendwas anderes machen. Sterb dabei wahrscheinlich. Ich hole mich. Ich hole mich. Okay, das haben wir uns geschafft. Was? Ja. 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 So. Ja, bitte. Teste uns was. Da fehlt noch mehr. Die haben mich gehofft. Ja, bitte. Okay. Wir haben es geschafft. Aber noch sind wir nicht sicher. Weiter! Okay, du hast es noch ungeschafft. Boah, hast du erst noch ein paar laufen? Gut. Irgendwas haben wir ganz toll gemacht. Wir sind durchgekommen. Ich sag doch, irgendwas haben wir ganz toll gemacht. Hüfte! Und wenn du wackelst mit die Hüfte? Mach dir das geschmeidig und sexy! Der Spitzenseite zuerst. Naja, so ein Stab mit der stumpfen Seite irgendwo rein zu rahmen ist auch... Das ist es! Bald haben wir genug, um seine Statue zu vollenden. Wir sind fast am Ziel! Wir waren gar nicht mal so gut diese Runde. Wir haben zehn Feinde im Labyrinth Stange ausgeschaltet. Wir waren aber gar nicht mal so gut. Ich hab tausend zusammen. Wo ist die tausender Truhe? Was tut es? Ein außergewöhnliches Amulett! Was tut es? Munitionsaufladung, Streuschuss, Bombenschaden plus und Waffenschaden plus. Also vier Sachen. Ja. Seht euch das an! Osiris hat seine treuesten Diener reich beschenkt. Es gibt vermutlich keinen Weg, sie alle zu öffnen, oder? Das wäre nicht sonderlich sportlich, Kater. Aber hilfreich. Wie gesagt, diese Schätze gehören euch nicht. Wenn Osiris zurückkehrt, werdet ihr sie ihm zu Füßen legen. Versprochen. Nein, wenn Osiris zurückkommt, werden wir das als unsere Belohnung verlangen. Ganz genau. Ansonsten nehme ich eine Kanoppe und schmeiße sie wieder weg. Diese Frau will die Innereien meines Vaters wegschmeißen. Hör mal, du sollst die Sachen ja auch wieder zurücklegen. Ich erb die irgendwann. Den südlichen Klippen. Da. Ich weiß noch nicht, wo da ist. Da sind wir schon zu zweit. Was sagt Papa in dir, Richter? Ja. Kannst du ihn mal hochholen? Ja. Dann kommen wir ja nicht lang. Oder? Doch. So. Das ist nicht kalt. Das ist nur kalt. Sogar rollen tut die dann langsam. Ja, man kann ja nicht ausgewählt Sachen langsam machen. Äh, hier einmal jetzt. Ja, hier ist ne Unterschiede. Warte, warte, warte. 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 Okay. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja so einen Heifel direkt hier nebenan. So, dann. Das geht ja flott von einem zum anderen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Nein. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Dann wollen wir auch runter gehen. Vielleicht geht es schon weiter. Nee, oder? Nee. Nee. Ich gehe schon. Nein. 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 Habe ich schon einfach rübergesprungen? Ja. Ach, Lara. Na toll. Los geht's. Ich habe einen schweren Granatwerfer. Ich auch. Was? Was? Was ist denn tot? Wovon? Du hast auf den falschen Feldern gestanden, oder so. Ach, dann wurde die auch noch rüber. Ja. Das hat mich mitgestopfen. Oh. Okay. Ops. Das war dumm. Naja, egal. Na jetzt soll die aber auch hinziehen. Ja, das ist hilfbar. Ich hab's mir sagen lassen. Öi. Oh. Na dann lass mir Portal rüber. Ich weiß gar nicht, dasJenk für mich gut Gott ist. Ich creepier mich zukkelen! Ich kenne dich daseninmal auf Skype. Wechsel würde man wieder beleben. Langsam und stetig. Wie gut, dass ich momentan nichts an Punkten verlieren kann, wenn ich nichts an Punkten habe. Oh nein, ich bin schon Freunde. Das hat mich jetzt spontan getötet. Mich tötet der glaube ich gerade sehr unspontan. Ich konnte mich noch nicht wiederbeleben. Aber wenn ich das richtig sehe, müsste man wieder so einen Zwischenspeicherpunkt gekriegt haben. Ich hoffe es zumindest. Ja. Nein. Natürlich. Los geht's.